Willkommen zurück auf der Jagd nach Joker und wir müssen wahrscheinlich hier durch. Das war jetzt schwierig rauszufinden. Mein Gott. Gibt es hier irgendwo wieder ein Secret? Hier leuchtet irgendwas. Okay, blinkt es einfach nur. Ähm, da blinkt es auch nur. Okay. Wo muss ich denn hin? Ach, da durch. Okay. So Rätsel sind machbar. Die kriege ich noch hin. So früh am Morgen. Schuh wie du. Wie durch Lüftung, Schächte kriege ich. Es ist so ein spannendes Spiel in dem Teil. Da war was, was ist das? Was ist das? Ich will das Geheimnis. Schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht... Redcatcher. Cool, den kenne ich auch noch nicht. Nein, ich bin jetzt nicht zu faul, das durchzulesen. Wortlos mit Ratten kommuniziert. Okay. Links oder gar rost? Links oder gar... Ich gehe hier lang. Nee, ich gehe da raus. Vor allem links oder geradeaus. Das wäre ja hier. Bam. Äh, nein. Was ist das? Sind das Pilze? Okay. Gibt mir halt nichts dafür. Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wo ich bin. Egal. Run, weg, sprengen, funktioniert immer. Bam. Auch wenn man genau davor steht. Bin ich denn hier? Oh. Hörstimmen. Hörstimmen. Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Ich gehe hier rüber. Okay, Joker macht gerade wieder irgendeine Scheiße. Das ist ja doll. Ach, er malt gerade. Mit Rot und Grün. Ja, okay. Das verzeih ich ihm noch. Ich könnte jetzt hier durch. Kann ich hier durch? Ja, machen wir das mal. Ist das die Anerkennung dafür und so weiter und so fort. Okay, die haben keine Waffen. Greif mich an. Danke. Bam. Ah, schön. Ja, erstmal die Füße hochlegen. Genau. Sprich mit mir. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Bleib hier. Bleib hier. Okay. Mal gucken, wo ich hin muss. Ähm, darüber wäre sinnvoll und dann nach links. Okay. Problem ist... Ja. Ich komm da nicht rüber. Komm ich hin. Ja, okay. War eh der falsche Weg. Muhaha. Da ist eine Rolle. Pamela. Ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Steven. Ich find sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela. Das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Aber ich bring sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühl mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalte sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Avi. Natürlich liebe ich dich. Gut, dass das gerade nicht voll nach so einem Soft-Porn-Gespräch klang. Aber ich habe nichts gesagt. Hust. Hust. Halt mir Hilfe! Oh, da sind sie doch. Zu euch wollte ich. Höhöhöhöhöh. Hör zu. Die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die Nerven den Äpfel zur Hölle. So heißt doch das Ding da unten, oder? Nee, das Ding da unten heißt Pe... Ja. Mit denen geht's bergab. Ich habe nichts gesagt. Gut. Und denk dran. Wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den Ausstellungen, der sie liebt. Ach Gott, ich bin da voll mit der Steuerung nicht mehr drin. Den da brauche ich. Den Schallbatteran. Frage ist... Batman ist zufrieden. Hehehe. Schallbatteran! Ich bin ja nicht ganz so blöd, wie du aussiehst. Außer jetzt lockt es noch ein paar an und ich krieg's nicht mit. Scheiße. Wieso? Multi komplett und geh. Ja komm, die zwei Ärzte. Oh. Ich dachte, ich dürfte die heimlich ausschalten. Gut, dann denk ich halt jetzt nicht mehr. Ja, ja, die haben wir schon gesehen, die Siegons. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedingt. Uiuiuiui. So. Dann umgeben wir den einfach. Dann dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay, den haben wir. Wo geht's denn? Da, wo können wir? Ich hab ein bisschen irritiert. So oft durchgespielt und trotzdem kein Plan mehr. Das ist schlimm. Da hinten läuft auch noch einer, habe ich gerade gesehen. Da unten stehen auch noch zwei. Okay, wo muss ich denn denn? Da ist einer. Da hängt... Skelett. Ah ja. Okay, da ist einer. Kann ich einfach hinter den gleiten? Schneeke wär's ja. Ah. Okay. Jetzt muss ich nur noch an dem da oben irgendwie vorbei. Problem... Ich nicht wissen wie. Problem gelöst, ich doch wissen wie. Theoretisch müsste ich doch so machen können. Jetzt gehst du da bitte weg. Er hat keine Chance. Keine Chance. Ja doch, wenn der weggeht, habe ich eine Chance. Ah, ich kann da runter. Will ich das... Nee, das Risiko will ich jetzt nicht eingehen. Aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Kann ich die jetzt hier irgendwie runterlassen oder so? Und dann nicht. Nö. Kann ich den jetzt nicht irgendwie runterlassen, den Käfig? Nein, okay. Ich guck jetzt erstmal hier unten, was ist hier. So. Die Musik ist schon cool. Was haben wir hier? Was ist das? Was will ich hier? Okay, hier kann ich wieder hoch. Hier entdeckt immer neue Räume. Das ist Wahnsinn. Ob ich jetzt überhaupt keinen Plan habe, was das hier alles ist. Komme ich denn jetzt wieder raus? Ach, wie cool. Okay, alles kalt im Kreis gelaufen. Ich hab's drauf. Da hinten ist ein Gegner. Wo sitzen die denn jetzt? Okay, da sind die. Wie schalte ich die denn am schnellsten aus? Der muss weggehen. Muss ich die alle drei ausschalten? Ich weiß es gerade nicht, deswegen. Oh oh. Oh oh. Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Tonband. Da war ein Tonband. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Nein, er ist rummückt. Wo ist Dr. Kederman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint fahrlässig, dass Sie ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit für Ihre Spiele, Miss Eisley. Sagen Sie mir, wo Sie ihn haben. Wir haben Sicherheitsbänder von gestern Abend, die Sie und er Ihre Zelle verlassen. Soll ich es buchstabieren? Wir wissen, dass Sie ihn hypnotisiert haben. Oder was Sie auch immer tun. Wir wissen, dass er Sie irgendwo hin mitnahm. Aber die Sicherheitskameras auf der ganzen Insel waren um drei Uhr früh von Blumen und Laub bedeckt. Wo ist der? Sagen Sie es mir. Ich sage kein Wort, bis Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Jetzt würde ich gerne mit denen da noch reden. Sprich mit mir. Ich dachte, ich werde ohnächtig. Ich vertrag keine Höhe. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geh zurück. Ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber... Naja, sie ist versteckt. Klug. Ich finde es. Bleib hier. Versteckte Türen sind versteckt. Dieser Mensch hat Ahnung von der Welt. Und ich nicht, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Na, irgendwo da runter. Ah, ich finde das schon. Versteckte Türen sind mein Spezialgebiet. Glaube ich. Wo muss ich denn hin? Dann stehe ich hier nicht. Dann gib mir halt keine Hinweise. Hallo Mensch. Oh. Ähm. Okay. Muss ich jetzt den ganzen Tag wieder zurücklaufen, oder? Ich bin gerade ein bisschen... verwirrt. Schön, dass ich hier auch so gut durchkomme. Na, ich glaube ich muss jetzt... ...den anderen Weg. Ah. Spiel, du verwirrst mich. Ich mag diese Mut...